diese Leitling so wird es locker zu überrätet das war ganz schlecht nah zweimal der steht nein ich habe einmal eben getroffen ach so weil die die zweite auch daneben wird er klappt hat er erklärt das letzte mal richtig gut unterwegs im herr ist der herr ist er eben meine ich doch mann die komposition hat auf jeden fall was gebracht ja von märkten den unterschieden prozent weniger schaden jetzt macht aber schon unterschied er wird alles geschützt und da ist vielleicht war der flech da der fläche das geschützt zu reparieren ist weg das noch lange hier wohl stehen bleiben und der ging daneben aber ganz klar scharf daneben der futter gleich jetzt jawohl treffer aber ich habe keine money mehr jetzt keine money mehr ja warte ich lege dir gleich ja leg mal in der kofferraum ich wollte getroffen ja dann werde ich die da abholen warte mal ich gucke mal ob ich irgendwo in der nähe sporen kann vielleicht aber hat jemanden sony ne gell ist kein sony da ne es ist ja nur lauter entschied hier ist es einfach so viele entschied auf der stelle oder weiß ich komme mir auch ein leitner hier ist wieder so ein scheiß ich habe mir ich habe mir leidung direkt vor uns erst direkt vor uns war kastetan flash ich kann nicht schießen der mariosch oder so ist ja ok er hat ihn auch entdeckt er hat ihn auch entdeckt muss jetzt so schnell dranbleiben danach lasse ich dich wieder schießen aber den tal flash muss ich jetzt dranbleiben jetzt hat er geteilt hat es hat volltreffer ich hätte so chance tan flash ich ok er hat ihn bin in ski und dann komme ich mit dem leidning normal oder war das jetzt mit jetzt können wir noch ein bisschen aufnehmen weil die fb 20 auf 30 hochgegangen ja bei mir ich habe jetzt auch wieder viel mehr ich bin jetzt bei 50 also ohne aufnahme schön das ohne aufnahme 50 jetzt könnten wir ein problem kriege aber ich glaube wir fahren mal lieber ja fahr mal ganz schnell weg ich bin gleich da jungs ich bin gleich da ich helfe euch wir sind auch drei zwei lightnings mit mir drei lightnings ich bin schon alle weg sind schon alle zerstören ich bin da ich komme ich habe die überfahren ich trau fahren voll rein ja ja ich guck mal nach da ist nichts los das ist alles leer alles leer alles leer ich war es nicht und gleich weiter fahren gleich weiter fahren gleich weiter vor nicht stehen bleiben nicht stehen bleiben nein und master tot verdammt du brauchst wo die zum bald oder wacke ist ja und das habe ich war das taxi bei mir weil ich gehe mal munitions weggebe ich bin gleich besuch auf der anderen welt und genug sagt diese leidning so was locker zu überreden ob das war ganz schlecht nein weil ich glaube an die verrufen oder andere flossen wahrscheinlich können ja wahrscheinlich aber es könnte auch sein dass sie gleich hierher kommen bist du voll naja jetzt eigentlich weiß leder nicht mehr nach muss man denn ich bin da könnte mich abholen nein die greifen glauben aber was macht er was gerade eben halt wahrscheinlich ein flugzeug drüber geflogen er hat eben 100 prozent herrn ja gut einer ist auch hundert prozent kein einer von uns seit ja es ist so auch wenn man es nicht glaubt da wir reden vor dem leiter hier der anti tank bist du zu lappen ist er zu stark bist du zu schwachen ich ziehe einfach mal einen halben meter über den also wir hätten vor dem anti tank locker vier schüsse überlebt die panzer bringt auf jeden fall was ich glaube für die vier prozent stimmt nicht ganz 4.000 maler als überlebt für dich normalerweise überlebt die vier schuss von dem anti tank der gede beherrn der hohen sehr nicht in einschüttung gegeben er hätte jetzt ein abgegeben und wir haben erst mal ein drittel leben verloren und ich habe die brandunterdrückung auch noch nicht gesetzt mit der noch hätten wir vier schuss überlebt der verbündete müssen alle müssen bei er bei köln pennen ist auch voll reingefahren zu werden also da hat er sich zielen heute vor gut rum ist schlecht das ist der wenn er wieder versuchen ihren wollen zu machen na hat nicht geklappt also meinst du mal wieder als anderer wurde gespawnd nehmen uns auch mit komposition achte ich ja nach bulldogs oh gott so auf ok ok der wisstwissen lecken ab und muss irgendwas aber ja 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 und erledigt da hat er kommt dann auch weg ich habe dort geholt ja ich habe gerade geholt in meinem leben sieht man nicht mehr alter was dein leben sieht mich aber wie kann das sein leben sieht man nicht wie kann das sein wie geht das habe ich auch schon öfters klar ich habe ich habe ja das ist ein pixel leben quasi doch habe den siehst du im auge nicht ein pixel leben ja ein prozent halt Wasser weil weniger als ein Prozent hat er noch so ein Pixel auf dem Bildschirm quasi aber den nimmst du mir im Auge nicht wahr ein Pixel nimmst du nicht wahr auf so einem bunten Bildschirm ich bin ich dachte es etwa da wird er aber nicht wieder wir machen Geld oder so er ist und so weil er genau so waren sie mir war los aber sie fackelt gerade ab und er ist raus ich glaube der ist weg der oh ist dann du hast auch down ja und der Herr ist das auch down ja ich glaube den kann man hier stehen lassen ich lieb an mit Messer würde das gehen aber wir haben genug gewissen mit dem Harry ich habe für viele Städte er ist so wie er er ist das sei der Rat hat die in die Zukunft ein hier gibt es Kekse holt euch Kekse Kekse oder sonst alle Hälfte das hat vielleicht mehr jemanden Sandi ziehen ist irgendjemand Spion doch da cool um also soviel zum Thema wir machen heute Gameplay also Team Play ja machen wir doch wir waren ja hier sind alle hier und so habe ich nur ein C4 bei dem Typen ist super also warum treffen die mich immer als erster doch behindert ist das schon hinten ich verscheuze 3 kills habe ich gemacht 3.610 xp also ich noch mal event nächstes heute oder weiter ja dann äh 19 30 ja 1930 ihr seels habt es hoffentlich alle angeguckt wir geben uns richtig Mühe wohl jemand Sandi oder sowas du meinst hoffen dass sie es anguckt nein sie haben es angeguckt ich weiß dann komm mal her und wir holen dann er ist er wieder dass ich zum weiß dass ich angekommen habe jetzt hier und ziehen sandera und Texas Terminal ja ich bin da aber ich habe es von piken hey du kannst das bohren nein nein ich schieße behindert muss ich nicht pflege ich mal wir sind das das ist da aber hinter mir aber schon wieder Sunny alles scheiß c4 ja tatsache und Max was zu A ist auch unterwegs dann schließlich mich doch gleich an mal ив Frau lag mir einfach alle geladen grad sind Finchai Inchi bittet ihr mich an Inchi dank Uuuuh, bin down Arschfalt getötet Was hast du, die Arschfalte? Ich hab Arschfalt getötet, ja Das weiß der Oh no! Fuck Hallo Futur Junge, du stehst ja ganz schlecht bei uns auf der Seite K.O.TV Doch, Captain Bayens, geil, Alter Ich versuche immer noch, so ein Fahrzeugzimmer zu pushen Ja, ich pushe doch Ja, ich muss ja nur mit Spion durchkommen Ich versuche immer noch, so ein Fahrzeugzimmer ist Dich vergesst, das ist ein Fahrzeugzimmer Ich versuche immer noch, aber Ich versuche immer noch, so ein Fahrzeugzimmer Ich versuche immer noch, wie es ist, was ich bin